Die Firma Rora ist ein großes Industriedienstleistungsunternehmen in verschiedenen Gewerken. Wir haben Gerüstbau, wir haben Reinigung, Isolierung. Wir sind bei sehr vielen großen Kunden tätig. Bei der Firma Rora stehen einem alle Wege offen. Wir suchen in sämtlichen Sparten neue Mitarbeiter, auch im technischen Bereich. Am meisten Spaß macht mir die Flexibilität an der Arbeit, wenn man sehr viel Neues kennenlernt und dass es eigentlich nicht langweilig wird. Die Rora-Gruppe ist ein Familienunternehmen und steht im Generellen für sicheres Arbeiten. Aber genauso in der IT-Abteilung ist es ganz wichtig, sicher zu arbeiten. In der heutigen Zeit durch die Cyberangriffe ist das auch hier ein hoher Stellenwert. Das ist eigentlich ein Wochenende und die Abteilung ist ein kleines Stück für die Abteilung. Das ist eigentlich ein Lieblingsaufbau.